So meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu StarTalking. Mein Name ist Marvin und heute mal mit einem ganz anderen Format. Ich habe mir gedacht, Interviews werden langsam langweilig. Ich muss jetzt mal eine richtige Ausbildung machen. Und ich habe hier angeheuert bei der Security und ich passe hier heute auf und ihr werdet alle heute nicht reinkommen. Viel Spaß. Tachchen, Ega zusammen? Ja. Ja. Du bist schon besoffen, kommst du nachher auf die Treppe hoch? Ne, sie ist aber nur Zeitparti. Wer hat dich geschubst? Eine von den beiden, ich weiß nicht. Schubser geht leider nicht. Also du bist besoffen und ihr schubst. Du guckst auch schon so besoffen. Nein, bist du immer so? Ne, sei besoffen. Sorry. Aber 18. Ja, aber besoffen, 18. Bin ich besoffen? Du bist ja voll aggressiv, Alter. Einmal Wusa. Einmal runterkommen. Einmal Wusa machen. Sag einmal Wusa. Was soll ich sagen? Wusa. Kennst du keinen Wusa? Nein. Dann sag einmal Wusa. Okay. Okay, was soll ich sagen? Wusa. Wusa. Siehst du, du bist besoffen. Du kriegst da nicht mal hin. Warum? Ihr beiden, du warst 18, ne? Wer ist denn 18 von euch? Achso, ja, dann dürft ihr leider gar nicht rein. Warum? Weil du zu besoffen bist. Warum bin ich denn zu besoffen? Siehst du, du kriegst nicht mal einen Satz hin. Ja, jetzt schmeißt den schon weg. Okay, cool. Sorry. Seid ihr mit dem Bus gekommen? Nein. Mit dem Auto? Dann macht er da Party. Macht er im Auto Party. Radio laut. Hört ein bisschen Musik. Ist okay, ist okay. Du kämpfer heute hier in Dings? Aggressiv? Willst du heute boxen, oder? Nee, auf keinen Sinn. Heute werden wir reingehen und Stress machen, ne? Das sind wir die Richtigen. Ja, das wird heute nicht. Sorry. Was? Wird heute leider nicht. Sorry. Wieso? Du bist super aggressiv. Was? Wieso? Du kommst dir in Tarnfarbe an, du willst da boxen. Hier, er sieht freundlich aus. Hier, Blumen hat er an. Schwarz ist ganz normal. Ja, Schwarz ist tot. Du darfst schon mal rein. Du siehst freundlich aus bei mir. Viel Spaß. Du darfst leider nicht. Das ist zu aggressiv. Soll ich mich jetzt unten ziehen? Ja, bitte. Ja, komm. Bring die Jacke ins Auto und dann darfst du. Ins Auto? Ja. Jacke ins Auto und dann kommst du wieder. Nein, du darfst dann rumkommen. Alles klar. Dann sagst du bist der Oberaggressive, der sich verboxen will. Bis gleich. Janice. Wie bitte? Janice. Gesundheit. Wie hier? Mein Name ist Janice. Ach so. Ach so. Ach so. Ich dachte schon, du hast genießt. Sorry. Ist gut. Du bist ja der mit der aggressiven Jacke. Ja, genau. Das sieht wenigstens positiv aus. So wird das was. So wird das was. Viel Spaß. Der hat echt seine Jacke weggebracht. Entschuldigung. Carina. Ja. Ja. Bist du geborene Deutsche? Ja. Also, ja. Meine Eltern kommen aus. Sorry. Heute kommen nur Ausländer rein. Ja. Wir kommen heute nur Ausländer rein. Wirklich. Nein. Wir legen, wir legen, doch der Chef hat heute, der Chef hat gesagt, wir legen heute darauf Wert, dass wir multikulturelles Klientel haben. So ist mir leid. Deutsche kommen heute leider nicht rein. Sorry. Gerade. Nee, ehrlich nicht. Nein. Du bist auch Deutsch? Ja. Du auch? Nee, du darfst schon mal rein. Bist du 18? Ja. Perfekt. Viel Spaß. Ja, aber es dürfen leider nur Ausländer heute rein. Es dürfen nur Ausländer rein heute. Deutsche dürfen heute leider nicht rein. Wir wollen heute multikulturelles Klientel haben. Sorry. So wie Deutsche. Nein, ich wollte erst meinen, ach so. Deutsche sind immer so aggressiv auf Partys. Hä? Die saufen, werden aggressiv, betatschen Männer. Ihr seht aus. Ach so. Ja, okay, gut. Ich hab meinen 18 Plus Stempel nicht bekommen. Dann hast du ihn jetzt. Danke. Siehst du, sie ist auch Ausländerin. Tut mir leid. Deutsche sind zu aggressiv. Die betatschen andere Männer und so. Alles klar, okay. Sorry. Müsst du heute leider wieder nach Hause fahren. Nee, das glaube ich nicht. Doch? Nein. Fasan, sag mal, wir lassen heute nur Ausländer rein, oder? Ich war von Partys. Aber heute nur Ausländer. Deutsche sind zu aggressiv. Anweisung vom Chef. Sorry. Nur Ausländer heute. Ist auch eine Ausländerspartie. Hä, eins auch? Stand das irgendwo? Ja. Guck, siehst du einen Deutschen? Das steht sogar auf der Liste. Auf Instagram, Facebook, überall. Habt ihr irgendwelche ausländischen Vorfahren? Ja, meine Eltern kommen aus Russland. Na, sag das doch. Und bei dir? Ja, auch. Ja, super. Dann sag das doch. Du bist auch nicht 18? Na, dann viel Spaß. Sag das doch, Mensch. Hast du Waffen dabei oder so? Einmal die Taschen bitte leeren. Zu Hause lassen. Hast du zu Hause? Das ist ganz witziger, ne? Ja, ich bin richtig witziger. Du hast Waffen zu Hause. Was hast du denn zu Hause für Waffen? Dauerform? Boah. Messer und so. Die ganz heftigen Waffen. Ne, dann darfst du nicht. Scheiße. Ich kenn mich mit so scheißig auch. Aber du hast doch gerade gesagt, du hast Messer zu Hause. Ne, hab ich nicht. Ehrlich nicht. Einmal Jacke ausziehen bitte. Okay. Kannst du einmal seine Jacke durchgucken bitte? Das Hemd bitte auch. Einmal ausziehen bitte. Ei, nein. Doch, du hast vielleicht Messer dran gekleppt. Du hast gesagt, du hast Messer zu Hause. Vielleicht hast du ihn angeklebt. Scheiße. Einmal Hemd bitte ausziehen. Das kann auch was. Das war echt dumm. Einmal ausziehen bitte. Geht gleich weiter. Aber vielleicht hat er sich was angeklebt. Er sagt, er hat Messer zu Hause. Ich muss das mal. Ja, ich bin doch nur Kugeldiv. Hast du den schon durchzucht? Er hat gesagt, er hat Messer zu Hause. Deswegen lasse ich jetzt mal ab. Einmal hoch machen bitte. Ja, dann musst du ausziehen. Einmal hoch machen. Einmal hoch, richtig? Einmal hoch und einmal drehen. Ich muss sehen, ob du hinten ein Messer drin klebt hast. Mach das nur einmal. Gut, perfekt. Jetzt darfst du. Viel Spaß. Irgendwelche Waffen oder so? Drogen? Das bitte auch noch aufmachen. Was ist das? Das ist ein Oberteil. Wie ein Oberteil? Wolltest du dich halt ausziehen, oder? Nee, eigentlich nicht, war nicht geplant. Wesas Kondome dabei, sehr gut. Ja, dann kann der Army heute starten, ne? Was ist das hier? So eine Tabletten? Das sind Bollos. Die hier unten. Ach so, Sodbrenntabletten. Sodbrennen? Ja. Die Leute, mit Sodbrennen können wir doch nicht reinlassen, dann kotzt die alle. Toll. Nein, das ist nur ein Notfall. Mach nur Spaß. Möchtest du einen Klopfer haben? Ja, gerne. Komm, kriegst du einen Klopfer, weil ich ein bisschen Spaß gemacht habe. Danke dir. Ja. Hoffentlich kriegst du keinen Sodbrennen. Einmal bitte Abstand. Kannst du nochmal einen Schritt zurück gehen? Ja, schon. Hast du schon was getrunken? Ja. Ja. Wie viel? Einmal was zu trinken. Viel? Ja, ich glaube, das wird nicht. Bist du besoffen? Nein. Doch. Doch. Ja, du kannst mal saufen willst du. Ja, klar. Ja, komm, dann kriegst du einen Klopfer jetzt hier. So, und dann machst du hier draußen Party. Mit dem Klopfer machst du hier draußen Party. Ja, klar. Ja, komm. Du warst das ernstlos? Ja. Komm, du hast einen Klopfer gekriegt, weil ich gut drauf bin heute. Weil die Jungs sind gerade reingekommen. Ja, die Jungs sind gerade reingekommen. Ja, die Jungs sind gerade reingekommen. Ja, sie fährst du fest, um an mich anzufassen. Na, fährst du die Weibers an? Komm, war ein Spaß. Komm. Komm, ich habe nur Spaß gemacht. Sorry, das bist du nicht. Das bin ich. Nein. Doch. Doch. Ja, nein. Ja, nein. Komm, wir kontrollieren. Adresse. Ich kann dir alles auch sagen. Wie groß? 1,64. Also mittlerweile gewachsen. Das ist schon echt nicht her. Ausstellungsdatum? Mai letztes Jahr irgendwann. Welcher Tag? 23. Ich weiß es nicht mehr. Falsch, 17. Schau. Weiß ich nicht. 17. Ich weiß noch nicht mehr. Es war der 17. Mai. Der wird nix. Mit Trailerpack wird das nix. Ja. Ne, sorry. Trailerpack geht gar nicht. Was ist das denn für Musik? Der zieht das gleich aus. Der zieht das auch? Versprochen? Ja. Na gut. Aber ganz ausziehen. Ja. Ganz ausziehen. Mit Pullermann zeigen. Zeigst du einmal den Pullermann? Ich jetzt. Einmal den Mädels. Dann wird's ja. Sozialstrafe. Einmal den Mädels den Pullermann zeigen. Zeigst du auch wieder recht. Viel Spaß. Oh, was war denn da los? Warum? 3 Uhr nachts, oder was? Oh mein, ich weiß nicht mehr voll scheiße aus. Tut mir leid. Oh mein Gott, ey. Ich sehe aus wie ein Vampir. Ich weiß, tut mir leid, Mann. Also ich würde es niemandem anders zeigen. Ich habe es nicht mit dem Automaten gemacht. Fotofähig. Das würde ich echt niemandem anders zeigen. Einmal noch in die Taschen, bitte gucken. Oh, okay. Ja, wieso? Hast du das versteckt, oder was? Ja, normal Alkohol. Alkohol? Ja. Was hast du versteckt? Ich wollte nicht so beleidigen, danke. Ich nehme den Kopf umsonst. Komm. Nur bei ihr seid? Ja, safe, ne? Hier, zack. Für die Beleidigung. Für die Beleidigung. Für die Beleidigung. Guck mal her. Ihr müsst sie jetzt trinken. Okay. Jetzt trinken. Ja. Und wenn ihr es schafft, kriegt ihr noch einen Zweiten. Wie bei der Ü-Ei-Werbung. Ja, safe, safe. Aber ich muss nicht tapfen, ne? Okay, komm. Einmal anhauchen? Ja. Jetzt seid ihr besoffen, jetzt dürft ihr nicht mal rein. Doch. Versprochen. Besoffene dürfen leider... Kleiner Fingerspur. Ne, komm. Ne, komm. Bist du aggressiv? Nein. Du hast gesprochen, du bist besoffen. Nein. Ich hab doch gesehen, dass du getrunken hast. Nein, das war der Wasser, aber ich höre. Na gut, hier. Viel Spaß. So, ab. Darf ich einmal? Ja. Und so. Was ist das hier? Was ist das? Jawohl. Danke. Taschenlampe. Was ist das? Das ist nicht von mir. Wie, das war denn in deiner Tasche? Ja, aber... Wolltest du wen schlagen damit? Nein. Nein. Wie kommt das dann in deine Tasche? Wie, du weißt es nicht? Nein, das ist nicht von mir. Das ist doch ein Mordwerkzeug. Ja, das geht nicht. Also... Mit Waffen kommst du hier leider nicht rein. Kannst du mal kurz sehen? Ja, meine. Hä? Ich weiß nicht, wie aus dem Mordkirchen von der Seite. Ich weiß nicht. Also, entscheidest du... Du darfst schon mal reinkommen hier, mein Lieber. Ja. Ich hab's nicht gesehen. Keine Ahnung. Sorry. Wird nix. Ey, gehört zu ihm. Ja. Ne, kommst nicht rein. Leider. Sorry. Wird nix. Du hast ne Waffe dabei gehabt. Welchen Ausweis? Ja, mein Ausweis. Wo ist denn dein Aufpasser? Ja, der ist schon drin. Der ist schon drin? Wo ist der denn? Ja. Nächstes Mal kommst du ohne Waffe, okay? Nein. Das ist nicht meins. Ja, aber wie kommt das denn in deine Tasche? Zeig nochmal. Hast du das? Äh, hab ich jetzt... Es wurde einkassiert jetzt. Das ist nicht meins. Dann muss ich einmal nochmal bitte gucken. Das ist nicht meins. Darf ich nochmal reingucken? Darf ich mal reingucken? Ja. Ja. Ja, aber ganz ehrlich. Also, irgendwie ist das ein bisschen komisch, ne? Alter. Was ist das denn? Hier. Malchen. Also, das geht jetzt gar nicht, ne? Was ist das? Das ist nicht meins. Ein Schlagstock. Das ist nicht meins. Alter. Was hast du denn heute vor? Wolltest du heute nicht Fight Club machen? Wie ist das nicht dein? War doch in deiner Tasche. Ja, aber es ist nicht meins. Ja, aber wie kommt das denn in deiner Tasche jetzt? Wir machen jetzt Spaß. Viel Spaß. Komm, sie weint gleich. Alter, was hast denn du hier alles mitgebracht? Zeugnis, Hartz-IV-Bescheid, alles am Start, ja? Kennst du noch einen Jobcenter gewesen? Wie heißt du? Wie ich heiße? Marvin. Ja, und wie heißt du? Jasmin. Jasmin? Ich kenn dich. Du kennst mich? Ja. Woher? Von YouTube? Von YouTube? Alter. Das Bild tut aber ich elf. Komm, allein für das Bild kommt ihr rein. Du bist nicht 18. Wie bekommst du? Bis dann.